Ich bin Markus Barth, Geschäftsführer der Teprosa GmbH. Teprosa wurde 2009 in Magdeburg gegründet. Wir sind Auftragsfertiger im Bereich Lasertechnik und beliefern Kunden aus dem Bereich Automobil, Medizintechnik, Maschinenbau und auch viele weitere Branchen. Zu unseren Geschäftsfeldern gehört das Laserschneiden, die Fertigung von Statoren und Rotoren aus Elektroblech, die 3D-MID-Technologie und das Testen und Prüfen von elektromechanischen Baugruppen. Im Bereich Stator- und Rotorfertigung fertigen wir einzelne Blechlamellen aus Elektroblech. Wir fertigen aber auch Blechpakete, so wie dieses hier, und paketieren diese mit dem Backlackverfahren. Dafür verarbeiten wir nicht kornorientiertes Elektroblech für die Herstellung von Teilen für Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren und anderen elektrischen Maschinen. Wir haben unseren Maschinenpark kürzlich um eine Laseranlage der Firma Kiemler erweitert. Eine Kiemler PowerCut mit 2 kW Quellenleistung zur Verarbeitung von Blechen im Großformat. Die Kiemler zeichnet sich durch eine sehr hohe Schneidgeschwindigkeit und sehr hohe Präzision aus, was uns ermöglicht auch sehr große Stückzahlen mit einer hohen Wiederholgenauigkeit sehr wirtschaftlich zu fertigen. Die hohe Wiederholgenauigkeit und die Beschleunigung sind gerade in der Fertigung von Statoren und Rotoren von enormer Wichtigkeit. Mit der Kiemler haben wir einen starken neuen Partner in der Halle, der unsere Fertigungskapazitäten erheblich erweitert. Die Kiemler sind in der Haltung und circumventieure동en, die ich immer wieder fiance als unsere Bausherstelle oder die Bühne هerel procurementge. Wir sind in der Infobox mit einem neuen Partner in den Bühne. Die Kiemler muss eine Erlebnis aufhören, die du ihn verk remarčst, in der Kiemler Canale대�verläu'n schämt, die du siehst, Untertitelung des ZDF, 2020